Deutschland 2020. Eine Kulturszene steht am Abgrund. Die Konzerthallen sind verwaist, die Tourneen abgesagt. Nicht wenige Musiker bangen um ihre Existenz. Doch in den Zeiten größter Not manifestiert sich in einem altmärkischen Kleinkunst-Kollektiv ein Gedanke. Jetzt ist Schluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017